Herzlich Willkommen. Mein Name ist David Behling von der Firma Ideepau und Immobilien Treuhand. Heute zeige ich Ihnen eines von vier Häusern am Klosternauberger Ölberg und ich freue mich auf Ihre Entscheidung. Was finden Sie schöner? Die Immobilie selbst oder die Lage? Wenn Sie mich fragen, ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde beides sensationell. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Rundgang. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Rundgang. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Rundgang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020